Dieses bärenstarke Sportcoupé hört auf den Namen Audi RS5. Auch wenn sich der RS5 auf den ersten Blick in der Stadt und auf der Landstraße als ein komfortabler Begleiter gibt, schlummert unter dem Blech ein echtes Renntalent. Dank seines serienmäßigen Quattro-Allradantriebs hat der Ingolstädter keinerlei Traktionsprobleme. Selbst auf nassem Untergrund bringt er seine mächtige Power jederzeit ohne Schlupf auf den Asphalt. Ja, die Highlights am neuen RS5 sind angefangen vom Motor. Ein V8 4,2 Liter Hochdrehzahlmotor mit 450 PS, einer maximalen Drehzahl von 8500 Umdrehungen. Von hier aus geht es weiter über die neue 7-Gang S-Tronic, ein Doppelkupplungsgetriebe mit sehr schnellen Schaltungen und äußerst effizient zu einer echten Neuerung im Quattro-Antrieb. Wir haben hier im RS5 erstmalig ein Kronenrad mit einem Differential, eine entsprechende Fahrwerksabstimmung, eine wunderschöne Karosserie mit einer Reminiszenz an den Urquattro. All das zeichnet den neuen RS5 aus. Das auszuloten bedarf es einer Rennstrecke ohne Gegenverkehr und Geschwindigkeitsbegrenzungen. Im Race Resort Ascari in Südspanien gibt es die erste Gelegenheit, den RS5 auf Herz und Nieren zu testen. Das spontane Ansprechen, das lustvolle Hochdrehen und der betörende Klang des V8 machen die Fahrt zu einer Faszination. Der 4,2 FSI katapultiert das immerhin 1725 Kilogramm schwere Coupé in 4,6 Sekunden von 0 auf 100 kmh und beschleunigt nachdrücklich weiter bis auf elektronisch begrenzte 250 kmh Top Speed. Auf Wunsch regelt Audi die Spitze erst bei 280 ab. Bei einem Auto wie dem Audi RS5 über Effizienz zu reden, das passt eigentlich nicht. Wer mag schon beim Trompeten des V8 an den Spritverbrauch denken? Das ist auch nicht nötig, das haben bereits die Audi-Ingenieure erledigt. Mit einem Durchschnittsverbrauch von 10,8 Liter ist er deutlich genügsamer als seine Konkurrenten. Motor und Antriebsstrang sind auf minimale Reibung ausgelegt. Ein Rekuperationssystem gewinnt beim Ausrollen und Bremsen Energie zurück. Da die wenigsten RS5 ständig auf der Rennstrecke auf Bestzeitenjagd gehen werden, hat Audi das Coupé langstreckentauglich abgestimmt. Im Innenraum werden Fahrer und Beifahrer keinerlei Komfort vermissen. Und wenn es auf große Fahrt geht, dann kann sich der RS5 auch Lammfrogben geben. Halt ein echter Wolf im Schafspelz.